Ich bin ein Idiot, beim Aufzeichen von Let's Play Final Fantasy 12. Ich versuche die ganze Zeit in meinem Testrun einen Mob zu bekämpfen, der einfach nicht auftaucht. Warum? Ich habe mit Jungalter Jugem, was ist ein Jungalter? Mit 50er in der Kryostase-Kammer. Junger Krieger, kommst du etwa, weil du den Steckbrief von Ingenurrasest? Hm, große Erwartung hängte ich in die Aufschreibung als Mob. Mit Spannung hatte ich die Ankunft eines mächtigen Kriegers. Okay, dann Basch, bitte stell du das Overworld-Model in Städten statt Wahn. Willst du wirklich dich dem Monster stellen? So war ich erstell. Nun gut, besser ist gar nicht, dass selbst ein Kind wieder umhört. Was plappere ich da? Kümmere dich nicht um das Geschwätz eines der Jungalten. So will ich dir schnell das Nötigste berichten. Sicher denkst du mir nicht auch in der Kosmode-Hände oder etwa nicht junger Krieger. Vielleicht sind deine unverfahrenen Augen die Heilgräuter aufgefallen, die Wort gedeihen. Diese sind, dass die Enge Doras zertrampelt. Normalerweise kümmern sich die Krieger des Dorfes um das Beste. Doch diesmal sind sie verhindert. Warum? Gibt's denn Steamsail? So, lasst du mich bitte, ich lasse mich bitten, junger Krieger. Enge Doras war ein Schwuchter-Schluchter im Außen des Unternehmens für sich. Der Krieger Heiseram kennt die Wesenszüge dieses Monsters in Dauer. Du solltest ihn an der Brücke am Fuße dieser Rügelzeit treffen können. Wenn du dich angeht, um Näheres zu erformen, ich wünsch dir Glück, junger Krieger. Sie auch kannst du uns brauchen. Jagd auf Enge Doras! Die, ja, also falls jemand irgendeine Freundin hat, die Dora heißt, ihr solltet die Enge Doras kennen. Oh mein Gott, ich muss weg. Okay, da bin ich wieder. Ich bin offscreen zurückgekehrt an die Stelle, wo wir dann jetzt auch weitermachen vom Spielgeschehen her. Und die Osmone-Ebene noch nicht aufgedeckt haben. Ansonsten, ich habe meine Gambits ein kleines bisschen entstellt, ein bisschen umgeändert. Also eigentlich hauptsächlich das von Ball 4. Ball 4 habe ich hierzu eingestellt, dass er sich außerhalb des Kampfes ingemäßig mit, wie heißt es noch gleich, mit der Versack Rage Mode bezaubern soll. Weil in ihm gibt es, wie gesagt, diese Fluggegner und er ist hier in meiner Gruppe der Einzige mit einer Möglichkeit, Fluggegner bekämpfen zu können. Abgesehen von Penelo, der ich ein Gambit eingerichtet habe, dass sie entsprechende Gegner mit Hilfe des Windzaubers beharten soll. Oh, damit es nicht ganz so lange dauert. So, ich habe nämlich den Zauber-Berserker für Ball 4 benutzt, weil zu diesem Zeitpunkt ist es mir doch ein Dorn im Auge. Wenn es so irgendein lange dauert, bis er irgendwie meinen Schuss absetzt, weil Schusswaffen haben ja das Problem, dass sie recht lange brauchen, bis ihre Aktionsspalten aufgeladen sind und dementsprechend irgendwas tun. Ansonsten, diese komischen Viecher, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie sie heißen, sind ganz, ganz toll. Warum? Hey! Weil sie zwei Lernpunkte hinterlassen und ordentlich viele Erfahrungspunkte, natürlich auch. Wer auf dem Weg hierhin ist, ähm, also ich bin, ich habe versucht, ich habe doch gesagt, außerhalb des Kampfes, 3, 4, was soll das? Muss ich das noch nachändern? Ja, ansonsten, hier bei den Standardgegnern ist es noch einigermaßen egal und normal. Dies dauert da nur ein bisschen länger. Ähm, auf dem Weg hierher ist Wahn eine Stufe aufgestiegen und, ähm, wobei ich allerdings maßgeblich an allen Gegnern vorbeigelaufen bin, weil dieser Rückweg war eigentlich nicht geplant. Ich hatte nicht gedacht, oh, du wirst jetzt vergessen, diesen Typen anzureden, aber offensichtlich habe ich das leider, leider, leider. Deswegen habe ich gesagt, ich, äh, renne einfach an den Gegner vorbei bis auf, ich weiß nicht, habe ich glaube ich drei oder vier von den komischen Pferden angelegt. Autsch! Oh, sie sind gegen Wind empfindlich, das ist gut. Und bevor du dich hier mit Klauen auffällst, ERO! Ich meine nicht ERO, hör auf, hör auf, hör auf Lase einzudrechnen, er ist nur ein tolles Kind. So, weil es hier ist auch nicht super aufgestiegen, ich weiß es gerade nicht, ob Pendello-Schubestupe aufgestiegen ist. Hau ihn um! Ja, die heißt ein bisschen was aus. Ansonsten habe ich jetzt auch endlich mal die tollen neuen Ausrüstungsgegenstände ausgerüstet, mit denen wir hier herumrennen. So, den Typen mal noch plattweilig das Anti-Aircraft-Gambit dann entsprechend auch noch für die andere Gruppe einstellen muss, wenn sie übernimmt. Wer nimmt sie? 23, nee, 24. Okay, Pendello braucht noch ein bisschen was, also rennen wir noch ein bisschen mit der hier rum. Ah, ah, war das die Schatztruhe? Nein, nein. Es gibt hier irgendwo noch eine Schatztruhe, wo irgendein Ausrüstungsgegenstand drin ist, den ich eigentlich nicht brauche, oder Schutzweste oder irgendwie sowas. War am Rand von so einer Schlucht, ich will man nicht sehen, ob ich ein Riesenbildschirm war. Oder im nächsten. Ah, sehr gut. Bevor ich jetzt meine Party austausche, werde ich noch kurz den Typen dort hinten erledigen. Und dann mache ich das Ganze kurz danach offscreen. Ich glaube, ich werde für Warnhoff und Klauge einstellen, für fliegende Gegner. Ich meine, ich könnte ihn auch so weit einstellen, dass er irgendein Zauber benutzt, aber na, na. Ich glaube, damit könnte mir an anderer Stelle da eventuell noch hilfreiche Dienste erweisen, um mein Konto ein bisschen aufzufüllen, aber was soll's. So, ganz guter Schnitt, bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich habe jetzt diese Truppe hier auch so ähnlich eingestellt, so wie ich mir die erste Net war vorstelle. Und zwar, Fran wird sich ab zukünftig selbst Berserkern quasi in den Periodenmodus umschalten. Ui, 880 Schaden, das macht mir nicht schlecht. Und ja, mit Berserker lohnt sich, lohnt sich sowas von. Was ich allerdings, obwohl ich mach erst mal das Setup zu Ende, ich habe, wie heißt der Basch, soweit eingestellt, genauso wie Warn, dass die fliegende Gegner automatisch nur beklauen, weil die können sie ja nicht hauen. Also, doch, könnten sie eigentlich, aber nicht so, wie ich mir das jetzt gerade eigentlich vorstelle. Die Magier werden dann in den Klau-Modus überwechseln, also den Standard-Klau-Modus, um zumindest die Chance zu wahren, ein einziges Item durch Ausrüst-Gegners-Tassen oder Federklein zu entreißen. Und, uh, das geht echt gut hier. Aber die Waffen sind auch besser. So, dieser Weg führt mich dorthin, wo ich hin soll. Aber wir haben hier soweit noch nicht alles durchgenudelt. Dieser etwas offensichtlich aussehende Weg, da trauen sich die Helden nicht durch. Äh, Zecken! Äh! Wir haben nicht gescheites Schuhwerk an, oder zumindest hat Ash nicht gescheites Arschwerk an. Meiner, da sieht man viel zu viel. Da hocken sich die Zecken an und saugen und saugen. Dieser Weg ist, äh, Schokobo-only. Das heißt, wir brauchen einen Reituntersatz, um uns so durchzustehen. Dort müssen wir auch später lang, aber das werde ich bis dahin soweit aufsparen. Was ich in der letzten Folge nicht so hundertprozentig richtig erwähnt oder ausführlich erwähnte, bei der... Achso, Topsucht. Hier kommt, Fran. Mindestens klappt das bei dir, so was ich in der letzten Folge nicht so hundertprozentig ausführlich erwähnte, ist, äh, dass man bei der Gildkröte richtig Kohle machen kann, weil, und das ist das Einzige, was man von dir klauen kann. Und zwar auf drei verschiedenen Seltenheit Slots. Ich glaube, der Common Slot, äh, sind 1000 Gild, der, äh, ich sag mal, an Common Slot, um es bei Magic the Gathering Slang zu lassen, ist, ähm, sind 2000 Gild und der seltene Slot, wobei es, glaube ich, auch mittlerweile so ein Mythic Wraer Slot gibt, bei den Gegnern hier, genauso wie bei Magic the Gathering, seitdem sie diese kommischen Planeswalker-Karten eingeführt haben, ist, ähm, also der seltenste, also der seltenste verfügbare, klaubare Slot bei der Gildkröte sind 4000 Gild. Und was man machen kann, zumindest habe ich soweit gelesen, ist, äh, man kann hingehen, und was passiert bei mir gerade, ähm, und kann klauen, bis man was geklaut hat, kann das Gebiet verlassen und wieder hingehen, und dann hat die Gildkröte wieder was im Gepäck. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob man, äh, diesen Stil, äh, ob man sie dafür wieder irgendwie neu spawnen lassen muss, das heißt, erstmal warten, bis das Wetter schlechter ist, und dann warten, bis das Wetter wieder besser ist, ich weiß es jetzt nicht genau, ich hab's noch nicht gemacht, aber wenn das jemand machen möchte, 1000 Gild jetzt, ähm, im, ähm, im schlimmsten Fall, oder im schlechtesten Fall, es ist natürlich auch eine gewisse Menge. Ansonsten wurde ich gefragt von 455, Berndyboy, warum hast du denn eigentlich nicht die Gildkröte mit Topsucht belegt? Hätte, ich muss ganz ehrlich sagen, Topsucht hab ich im Testrun gar nicht ausprobiert. Ich hab gesehen, okay, das Ding ist empfindlich gegenüber blind, es kann mit, äh, stumm belegt werden, und es kann mit Gemach belegt werden. Dieses, äh, Debuff-Triumvirat ist, meiner Meinung nach, wenn man alles da drauf hat, besser, als wenn man einen Gegner mit Topsucht belegt. Topsucht wäre jetzt mal eine andere Möglichkeit gewesen, hätte ich dann vielleicht auch mal ausprobiert, wenn Stumm nicht funktioniert hätte, weil Stumm ist crucial bei der Gildkröte, nämlich Stumm bewirkt, dass sie ihre, ihre fiesen Zauber nicht durch hat, und, äh, sobald die Gildkröte, glaube ich, im kritischen Lebenspunkte-Bereich ist, oder unter einen Drittel, oder irgendwie sowas, dann benutzt sie Blizz, äh, ne, das ist Englisch, äh, wie heißt es noch gleich, Blizzgar, ähm, Eisgar, glaube ich, im Deutschen. Bin hier nicht ganz sicher, Entschuldigung. Äh, Eisgar, und das würde mich sowas von umbringen. Ansonsten hat Topsucht halt noch den ungewünschten Nebeneffekt, dass, ähm, aber dann vielleicht trotz Blindheit, zwar die Angriffe weniger, auch nicht so oft treffen, aber das liegt dann blind, aber es, wenn es zutrifft, oder wenn es mal trifft, dann ist es übler als, ähm, als ohne Topsucht, und der Gemacheffekt, den ich drauf hatte, der würde natürlich auch, äh, ein bisschen zunichte gemacht werden, weil sie dann eine 1,5-fache oder schnellere Angriffsgeschwindigkeit hat. Und das ist nicht gut für mich. Ihr habt ja gesehen, das war jetzt an keiner Stelle, wo ich sagen würde, Och, jetzt lassen wir das mal laufen, und dann geht das. Ist alles im Kasten. Ein bisschen Glück war mit dabei. So, an dieser Stelle, wo ich gerade war, kann man, oder hier gibt es den Mob Overkill, möchte ich mal sagen. Zumindest für diese Stelle. Einerseits gibt es hier das Enge Doras, oder die Enge Doras, oder anzutreffen, allerdings gilt es nur für den Fall, Moment, U-Schwäche, ja, äh, nein, 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 nein. So, wir wollen jetzt uns erstmal hier aufge... heilen? Aufheilen. Und hier gibt es einmal die Enge Duras nachher zu bekämpfen Dafür müssen aber sämtliche Uhus hier weg sein Ansonsten, wenn ich jetzt Schwein gehabt, so nämlich zu 20%iger Wahrscheinlichkeit Kann hier, na wo ist es, ich komme jetzt gerade nicht dazu Kann der Bulgator hier anfallen Ich werde natürlich warten, bis seine Buffs hier weg sind Und vorbei hatte ich jetzt ein bisschen Schwein gehabt, was das angeht Bulgator, ja, da komme ich dann gleich drauf zu Wir warten jetzt erstmal kurz, bis wir, ja, in der Lage sind, ihn anzugreifen Wenn der Bulgator sich von dem Uhu dort entfernt, werde ich womöglich den Uhu noch hier ein bisschen umnanzen Bevor ich dann in den Kampf gegen den Bulgator fahren werde Und dann sehe ich euch gleich wieder So, da bin ich wieder, da kommt das Mistvieh auch schon So, Ash, du erstmal, blind Ich habe mit, ähm, mit einem der Charaktere Lhasa mit Reflex belegt Weil der Bulgator belegt sich selber die ganze Zeit mit Reflex Das hat leider verfehlt Dann machen wir diesgleichen nochmal Auflaster, damit ich ihn damit, äh, mit dem Lieber auf blind treffen kann Der erste Teil des Kampfes ist nicht so wild Ah, sehr gut Aber wenn er im kritischen Lebenspunkte-Bereich ist, dann macht er die ganze Zeit das hier Und das können wir dann ein bisschen vermindern Dass er uns weniger trifft mit der Luftschraube Und das ist dann wesentlich besser, cooler und toller Von dem wie ich kann man selber, der gegen Erde empfindlich ist, nicht so viel klauen Und deswegen auch nicht so viel verbauen Ähm, deswegen habe ich jetzt so weit gelassen Er hat irgendeinen Gegenstand, der, glaube ich, sich für einen Arsch voll Geld verkaufen lässt Aber mir, ach da, nein, 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 aber das weiß man nicht Aber mir sonst nichts so weit bringt So, ich möchte jetzt versuchen, mich mit, äh, Ash wieder ein bisschen voller zu heilen Okay, dann packen wir noch irgendwie eine Potion in den Hintern rein Come on Nämlich da kommt jetzt schon der zweite Rare Mob, der dann getriggert wird, wenn wir den Vulgator erledigt haben Eros Ramazotti Nein Ähm, so, du fängst mal mit ein bisschen stiller an Ich hoffe, dass das geht Und Bash Man Nein, wir machen das jetzt kurz was anders Gambit, Barsch, ähm, Gegner Das Trifft doch zu Egal, dann machen wir das mit fliegenden Gegnern, weil du wirst Nein Du wirst in diesem Kampf ohnehin ein bisschen überflüssiger sein Von daher Dies Barsch So Da sehen, ob wir uns klauen können Für den gilt das gleiche Wie für den Vulgator er hat ein Gegenstand dabei, der selten ist und sich zwar klauen lässt Allerdings Es ist nur ein Schatz, der sich verkaufen lässt Er ist sonst empfindlich gegenüber Äh, wie heißt das Überwind Deswegen ist Eros hier The way to go Oh, das ist du dir glaubst, ausgezeichnet Ähm, wie wär's, wenn du Nee, Quatsch, Perseus warst Dich mal eben selber von dir Stand so frei Was zum Teufel war das denn? Ähm, dann engeln wir sie kurz mal wieder Was hat sie denn erwischt? Das habe ich jetzt nicht gesehen, was das für eine Fähigkeit war Ähm, okay, Gott Dankeschön für die Heilung, lieber Lars So geht das So geht das Ah, er kann vorher Zeug auspacken, Mr. Watt Ähm, nach kleiner Schwarzmagister Okay, ich kann es nicht tun Ich kann es nicht anwenden Von daher Lassen wir das Habe jetzt mein Pulverzwald Ja, blind würde natürlich sich auch lohnen Wenn er ihn denn allerdings jetzt langsam mal töten Dann würde sich das noch mehr lohnen Dann haben wir es nämlich gespart Ah, Gott sei Dank Da ist er hinüber Und hat ein paar Lizenzpunkte und so ein Kram zu hinterlassen Drachenflügel geklaut, finde ich gut Werde ich da mal aufscreen gucken Wofür sich das Ganze dann verkaufen lässt So Ich hoffe, dass der gute Enge Ich habe immer irgendwie Namen von diesen Hunter-Mob, sage ich jetzt mal Vielleicht ausgesprochen Enge-Doras Oder irgendwie sowas Nein So ein bisschen einfach mal auf die Buchstaben guckt Die sich in diesem Namen befinden Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher Ob man auch diese Eulen alle besiegen muss Dann werde ich das nämlich auch mal aufscreen Dann noch tun Damit der Über die Enge-Doras hier gespawnt wird Und ist sie jetzt langsam mal da Ah Jetzt hat sie sich rausgetraut Ich werde mich ein wenig aufplustern Und frisch machen für den Kampf Und sehe euch dann gleich wieder Okay In die Schlacht Problematisch an dieser Stelle ist Dass das Viech sich permanent mit Protest Und mit Wallum belegt Deswegen kann ich nicht warten, bis es ausläuft Deswegen lau Oder haue ich mich jetzt erstmal in die Schlacht Dass ich mich ein bisschen rumgelaufen bin Um meine Erfahrungspunkte Magiepunkte ein bisschen aufzuheilen Ansonsten ist dieses Viech Empfänglich gegenüber Inakt Deswegen versuche ich das hin Oh, das hat geklappt Es hat geklappt Es hat geklappt Es hat geklappt Wunderbar Inakt besorgt, dass er gar nichts machen kann Und hier warten muss, bis er abgeschlachtet wird Ansonsten wäre dieser Kampf Oder würde er ein bisschen länger dauern Weil er mit der Fähigkeit Heimdruck Er hat sich um 20% oder ein bisschen mehr Seiner Lebenspunkte heilen würde Es ist kein Zauber, der mit Stumm oder sowas verhindern würde Von daher passt das Wie gesagt, da er sich mit dem Zustand Wallum belegt Ist er für Magie oder für Debuffs etwas resistenter Ja, wir kriegen das Elmo näher oder wie das Ding heißt Blatt und haben den Sieg Über Engle Dochers Eingefahren Yeah Esch, du bist die Beste Du bist die Beste Und währenddessen ist der Tobsucht auch noch ausgelaufen Gut Ich werde mich mit dieser Truppe Dann wieder zurück zum Garifendorf Nach Jahara durchkämpfen Um meine wohlverdiente Belohnung einzustreichen Erfahrungs- und Lizenzpunkte zu sammeln Und wir sehen uns an der Stelle wieder Bis gleich Bin gerade beim Verkäufer Und ich habe mir etwas über 1800 Geld damit verdient Dass es mir gelungen ist Den Drachenflügel Von dem, ähm, was war's Von dem Flugweg Von Eros Ramazzotti Zu klauen So Dann hoffe ich, dass es sich gelohnt hat Und wir weitere mächtige Belohnungen einfahren Um unsere unglaubliche Truppe Noch weiter zu unglaublichisieren Komm schon, Jungalter Ein Jungalter muss ein bisschen was unter der Matratze gespart haben Bei meinen, ähm, Inge, du Reiswurstung geschlagen Wenn ich vertrafliche Torte werde nicht Das ist all deswegen abschreiben Ich muss bestellen, dass ich unsere Krieger zurückhiel Und mit Absicht den Steckbrief aushängte Erst vor kurzem erfuhr ich von dem Klatsch und dem Batsch Und wollte ausprobieren, wie es funktioniert Doch hätte ich mir nicht damit gerechnet Dass ein Kind wie du sie in den Kampf aufbürde Um ehrlich zu sein, ich war der Rechte täuscht Doch du hast nicht mal vergeschlagen, mein Sohn Eine große Überraschung Als ich von der Existenz dieser Mops erfahre Ein wollig kühler Mob hier gemischt Oh ja, was würdest du sein? Ja, 1100 Gill, ein Aether und ein Verkaufs-Amulett So, werde mich jetzt wieder durch die Wildnis durchkämpfen Und euch hier ganz, ganz im Westen wiedersehen In den windkrummen Gräsern Bis gleich Und damit haben wir das Ende der Osmone-Ebene nahezu erreicht Sind wir da mit Burmese Hors ganz nahe gekommen? Oder werden uns unsere Füße noch in andere Richtungen treiben, bevor wir dort ankommen? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy XII Bis dann, auf Wiedersehen!